Hallo Christina, ich bin nämlich hier vom ehrenwürdigen Mestalla-Stadion aus Valencia. Hier ungefähr 40 Deutsche. Wir werden heute den deutschen Sieg feiern im E-Finale 2008. Diese Minderheiten, die macht mir gar nichts. Was soll das auch? Die Jungs, die verballern ihre Grenzkräfte im Folgenspiel. Wir zeigen Flacke. Wir zeigen Flacke. Wir ziehen jetzt nicht mehr... Oh, jetzt fiel ich die Kamera runter. Aber es ist eine französische Kamera. Das sollen sich die beiden analysieren. Warte, ich hab zwei Böchsen Bier. Ich hab zwei Böchsen Bier. Ich hab zwei Böchsen Bier. Ich kann nicht handeln. Hoppa, Hoppa, wenn... Der Christina macht ein Video von uns. Wir wollen so einen deutschen Sieg heute. Beziehungsweise Schadenbegrenzung, oder? Damit wir Schleifungsversicherung dokumentieren. Mit den ganzen blauen Flecken mit ausgeschlagenen Zehen. Noch alle Zehen und Zehen. Okay, ciao. Henry! Zeig den Herrn! Henry! 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 Henry!